FEDES lässt Kinderherzen höher schlagen. Gestalte jetzt deine Zukunft als Fachkraft für Lagerlogistik und werde Teil des führenden Spielwarenhändlers in Europa. An unserem Logistikstandort in Lotte erwarten dich über 200 tolle Kollegen und ein freundliches Arbeitsumfeld. Auf 30.000 Quadratmetern lagern über 14.000 tolle Spielwarenartikel, die nur darauf warten, mit modernster Technik kommissioniert, verpackt und auf den Weg in die Kinderzimmer dieser Welt gebracht zu werden. Egal ob Ausbildung oder Job, bewirb dich jetzt spielend leicht unter fedes.com.